Was ist denn eine grüne Hauptstadt? Wem gehört der öffentliche Raum? Was heißt Klimaschutz für die Stadt? Wir geben die Stadt den Menschen zurück, Stück für Stück. Wir haben Antworten. Auch für Ortskerne am Stadtrand, wie dem Elster-Werder-Platz im Osten Berlins. Aus Leblos wird lebendig und grün. Aus Betonwüste wird Kulturbühne. Aus einsam wird gemeinsam leben. Und zwar in mehr nachhaltigem Wohnraum. Eine Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, um überall in Berlin lebendige Stadtteilzentren entstehen zu lassen. Geht das? Klar geht das. Jetzt grün wählen für Berlin.